So, heute geht's endlich los und da meine herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Go's 4. Es geht heute ein bisschen los mit Action. Ich bin auf ein Labor gestoßen, das um eine Art runde Maschine gebaut wurde. Sie bewegt eine Menge Luft. Das muss das Windnest sein. Kommst du an den Hauptprozessor ran? Dafür muss ich erst den Luftstrom abschalten. Sind da irgendwelche Generatoren oder Sicherungen zu sehen? Äh, da oben, ja. Gut, dann probieren wir es damit. Das ist Zeit. Ah So Ja, ich weiß von nichts Ich war Gegner, wo? Wo? Wo ist Gegner? 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 Ich habe ja auch ein bisschen Luft, mich gerade umzugucken Ach, da oben stehst du! Komm mal her, mein Freund Wo ist Gegner? 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 Wie ist Gegner? Ich gehe auf mir, dann ist auch wieder eine Chefkanone Ich hab dich 所以� mentors Alarm gelegt. So. Ich nehme mal die Jungs da an. Da ist der bis der Polen. Bist der Hölle war das? Ah, jetzt verstehe. Das ist so eine Art... Oh Gott. Das ist so eine Art... Tornado oder was auch immer das ist. Wieso war es in die Richtung? Ich guck mal, ob er sich zu bekannt hat. Drei. Weg. Er ist einfach zu schön für dich. Bei dem ist er hoch. Zurück. Nicht da. Oh oh. Aber zumindest sind wir den schon mal los. So. Fehlt also nur noch einer und der müsste irgendwo... laut der Planung dahinten sein. Na dann auf geht's. Die rasten richtig geradeaus mit dem Ding. Wow. Ist ja nicht so, dass ihr gerade euch... eigenen Sinne mal zerballert habt. Soll mir mal persönlich ein bisschen recht sein. Ach komm, wir lassen den Gegner mal Gegner sagen. Einfach. Einfach. Einfach Bissung mal hier rein. Also laut der... Ich vermute, dass der hier unten... Gegner hat Angriffe eingestellt. Alter die Augen nach dem Offen. Ich vermute, dass der hier oben ist. Ich vermute, dass die da... Ich vermute, dass die da... Und die query то keine auf einer Fl sweets. Wir haben hier ein Gefängnis. Doch, wir haben hier ein Gefängnis. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Von Ich frage jetzt, wo hin ist denn das Ding hin? Das muss ja hier unten irgendwo sein, oder nicht? Oder bin ich jetzt gerade zu... zu blöd da irgendwas zu machen? Muss ich da jetzt komplett drüber, oder? Das ist ja der letzte Ding. Ist der jetzt auf der anderen Seite von dem... Da müssen wir wohl die Treppe runter... Da, wo du nicht bist, mein Freund. Das ist ja... Die hat aber... Also ohne Spaß, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Also laut... Info ist sie ja irgendwo hier unten. Also laut... Sie muss ja eigentlich unter uns sein, irgendwo. Oder bin ich jetzt da irgendwie komplett überfragt? Ich frage jetzt gerade. Komm mal her hier. Ah, den habe ich schon, okay. Kein weiterer Kontakt an alle Einheiten! Wachsam bleiben! Ich bin da jetzt ein bisschen gerade überfragt, Leute. Ich glaube, die Formation muss ja da... Hä? Okay. Bitte schön. Okay. Da ist es... Sie muss also über dem Tunnel, diesem Tunnelbauwerk sein. Ich verstehe es nicht... Ich verstehe es nicht... Ich muss ja nicht... Laut Dings ist sie hier oben. Nur die Frage ist, wie komme ich da raus? Da hoch! Ich verstehe es... Ich verstehe es nur, wie zumachen wir es aus. Ich verstehe es mir nicht. Ich verstehe es nicht. Und dann haben wir das angeln. Und dann mache ich das, es geht um... Was ist das? Ha! Sicher, dass es nicht irgendein... Ich muss ja irgendeinen Weg jetzt runtergeben, oder wie? Also ich habe mir das Gelände jetzt mal angeguckt, ja. Ich gucke mal gerade, ob ich jetzt mit dem Auto da irgendwie hinkomme. Aber ich muss es ja eine Möglichkeit geben. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Zentrale, das Ziel sitzt in einem Landfahrzeug. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Ich habe echt keine Ahnung, ne? Sorry, liebe Leute, dass ich da gerade komplett überfragt bin. Also würde ich mal spontan vermuten, dass es irgendwo einen Weg nach unten gibt. Dass das Ding irgendwo unten dran ist. Oder sitzt die Sicherung an dem Ding selber dran? Wisst ihr was, liebe Leute? Das finden wir in der nächsten Folge raus. Einfach, weil ich ehrlich bin. Ich habe jetzt keine Lust, da noch irgendwie rumzusuchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Just Cause 4. Und dann versuchen wir mal rauszufinden, wo diese letzte verfickte Sicherung sitzt. Bis dann. Ciao. Natürlich verflucht, ich war fick. Ja, bis dann. Ciao.